Thank you so much, Gary. Thank you so, so much. Gut, bevor die Karin nun die Friedensmeditation mit uns macht, möchte ich nochmal kurz erwähnen, dass die Box umgeht. Wir wären glücklich, wenn ihr ein bisschen Geld zur Unterstützung der Aktion einwerfen könntet. Wäre ganz, ganz arg lieb. Gut, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich bräuchte dann von meinem Team einen Hinweis. Wir haben alles. Weltfrieden steht. Ich habe es immer noch nicht gesehen, auch wenn die Karin nachher hier zugange ist. Dann darf ich das anschauen. Wir werden es zur Friedensmeditation vorne hinlegen, auf dem Boden, dass wir auch die Möglichkeit haben, mitzumachen. Die Karin wird, während sie die Friedensmeditation spricht, die ursprünglich, also vor ein paar Jahren haben wir sie mal von Werner Neuner übernommen und dann immer wieder auf das nächste Jahr überschrieben. Wir werden, das ist also eine bewegte Meditation, sie wird alles vormachen und am besten, wir machen das im Sitzen. Die Tücher am Schluss dürft ihr hier vorbringen. Die Andrea, wo ist sie, und die Imke. Oder ja, einfach hier auf den Tisch hinlegen, ja. So, ich bin dann schon dabei, Schluss zu machen für heute. Oh ja, jetzt sehe ich mal die schönen Farben. Wow, fantastisch. Ich freue mich, dass das so lange in der Kamera war und dass das die ganze Welt sehen kann. Vielen Dank für die Vorbereitung. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank allen, die heute gekommen sind. Ich sehe noch bekannte Gesichter. Ich freue mich sehr. Ja, auf einen nächsten Montag, auf einen übernächsten Montag, auf einen überübernächsten Montag und auf das die Montage nie aufhören mögen, die Kinder, die Menschen auf diesen Platz zu bringen für den Frieden, für den Frieden dieser Welt, dass wir stehen, dass wir alle stehen zum Schutz unserer Mitmenschen, zum Schutz der Tiere im Pflanzen, zum Schutz der Erde und des Himmels. Ganz herzlichen Dank. Ja, so ist gut, ein bisschen höher vielleicht. Ich brauche einen starken Daumen, also jemand, der das hier auch lösen kann. Ja, so ist gut. Ja, so? Okay. Hallo, ich begrüße euch. Ich freue mich, mit euch und für euch die Friedensmeditation halten zu dürfen heute Abend. Bevor wir anfangen, gibt es noch was zu erklären. Und zwar findet während der Meditation so ein bestimmter Bewegungsablauf statt. Den möchte ich jetzt einfach noch mal kurz vormachen. Und zwar beginnt es so. Unsere Hände beginnen, wir beginnen beim Ausgangspunkt des Magnetfeldes. Unsere Hände stehen dann so. Dann heißt es, wir führen beide Hände nach oben, weit nach oben. Die Arme wenden sich zur Seite nach unten und schieben diese Vision in die Erde hinein. Dann zeichnen wir vom Kopf ausgehend eine Linie nach unten und verankern die Vision in Mutter Erde. Diesen Bewegungsablauf werde ich immer zwischendurch ankündigen. Danke. Karlsruher Friedensproklamation Vision 2014 Es liegt in unseren Händen, die neue Erde zu gestalten. Lasst uns diesen Satz jetzt noch mal gemeinsam sprechen. Sprecht mit mir. Es liegt in unseren Händen, die neue Erde zu gestalten. Wir gestalten die neue Erde, Kraft unseres Bewusstseins, durch unsere Visionen. Und das ist das Ziel dieser Meditation. Unsere Vision wurde Wirklichkeit. Wir erschaffen die Wirklichkeit. Wir sehen diese Wirklichkeit, Kraft unseres Bewusstseins. Und wir spüren diese Wirklichkeit durch die Liebe unseres Herzens. Wir beginnen beim Ausgangspunkt des Magnetfeldes. Unsere Hände führen diese Vision nach oben, weit nach oben. Beide Arme wenden sich zur Seite nach unten und schieben diese Vision in die Erde hinein. Dann zeichnen wir vom Kopf ausgehend eine Linie nach unten und verankern die Vision in Mutter Erde. Nun kehren wir zum Ausgangspunkt des Magnetfeldes zurück. Beide Arme wenden sich zur Seite nach unten und schieben sie zur Seite nach unten und schieben sie zur Seite nach unten und schieben sie zur Seite nach unten. Wir sehen einen neuen Menschen. Wir leben den Menschen. Wir leben den Menschen, der mit seinem eigenen Herzen in Einklang ist. Wir sind die Menschen, in denen das reine, klare Bewusstsein erwacht ist. Unsere Hände führen diese Vision nach oben, weit nach oben, weit nach oben, beide Arme wenden sich zur Seite nach unten und schieben diese Vision in die Erde hinein. Dann zeichnen wir vom Kopf ausgehend eine Linie nach unten und verankern die Vision in Mutter Erde. Nun kehren wir zum Ausgangspunkt des Magnetfeldes zurück. Achtsamkeit. In uns lebt die Achtsamkeit. In uns lebt der Friede. In uns lebt die Liebe. Unsere Hände führen diese Vision nach oben, weit nach oben, beide Arme wenden sich zur Seite nach unten und schieben diese Vision in die Erde hinein. Dann zeichnen wir vom Kopf ausgehend eine Linie nach unten und verankern die Vision in Mutter Erde. Dann kehren wir zum Ausgangspunkt des Magnetfeldes zurück. Freie Entfaltung. Wir sehen eine freie Welt. Wir leben in dieser freien Welt. Wir sehen eine Welt, in der sich der Mensch frei entfalten kann. Wir sehen eine Welt, in der sich die Heilung der Liebe vollendet hat. Wir leben die Liebe. Unsere Hände führen diese Vision nach oben, weit nach oben. Beide Arme wenden sich zur Seite nach unten und schieben diese Vision in die Erde hinein. Dann zeichnen wir vom Kopf ausgehend eine Linie nach unten und verankern die Vision in Mutter Erde. Nun kehren wir wieder zum Ausgangspunkt des Magnetfeldes zurück. Fließen. Fließen. Wir sehen in dieser neuen Welt ein neues, nachhaltiges, fließendes Geldsystem, das allen Menschen dient. Wir sind im Fluss und leben unser göttliches Leben. Unsere Hände führen diese Vision nach oben, weit nach oben. Beide Arme wenden sich zur Seite nach unten und schieben diese Vision in die Erde hinein. Dann zeichnen wir vom Kopf ausgehend eine Linie nach unten und verankern die Vision in Mutter Erde. Nun kehren wir zum Ausgangspunkt des Magnetfeldes zurück. Ein Klang und Energie.